Liebe Freunde, wir probieren heute mal was anderes aus mit den Jungs von EPW, nämlich zwei sind dabei, einmal der Alex und einmal der Nick. Wir spielen nämlich heute Overwatch, was auch ein Titel in unserem, ja, E-Sports-Segment wird. Jetzt ist natürlich die Frage, welchen Charakter spiele ich am besten? Hm, ich gehe es am besten sehr professionell an. Ja! Und dementsprechend spiele ich das irgendwie die letzten Tage wie ein Behindertab. Mit dabei sind auch noch der Aslan, Daniel, als auch der Nico. Also wir sind ein tollen Team. Moin. Ich spiele Tracer, wir sind im Angriff, glaube ich, als erstes. Wir spielen mal May. May. Die hat mich gestern so abgefuckt. May ist der ehrenloseste Champion überhaupt. Wir brauchen einen Heiler. Ja, ein bisschen Abkühlung, ist doch so warm. Er ist doch kein Heiler. Aslan, dann geh mal Heiler. Kann ich denn? Willst du Aslan? Äh, kann man machen. Oh, eine Sperre. Weiß ich nicht. Ich hatte das irgendwie gerade im Kopf. Das hat der Feuer doch... Besonders hast du es vorher nicht gesagt. Und ich dachte, ich wäre richtig. Ich finde, ich entschuldige mich dafür. Das ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Für mich war es immer... RIP. Für mich war es immer high Elo. Oh, schade. Yes, easy. Darum haben die... Oh, Loll, Bastion ist da. Bastion macht Spaß, aber nicht mir. Bastion ist rechts um die Ecke. Ich versuche mal das Ding. Ja, ich versuche mich. Ich bin gleich mal rein. Ja, das wäre eine nice Sache. Oh, Loll, Bastion. Der Heiler ist da. Hab ihn. Hab ihn down. Roadbate. Oben. Ich gehe hoch. Down. Roadbate. Frecksviecher. Autok rechts drin. Oh Gott, hat er die ulti? Ist er die schön? Ne. Wir versuchen, wir dahinter die... Oh Gott, oh Gott, mach die Falle kaputt. Junge. Oh, ein HP, Alter. Ungelogen, ein HP. Bam, Junge. Die Bombe. Guck mal weiter. Oh, ich bin ganz top. So für eine Freunde. Oh, Loll. Oh, Matrap. Das war ich. Ich war die Tracer. Ne, auch die Gegner. Also, wir haben... Warum haben die Tracer als Verteidigung? Spiel mal Reinhardt, bitte. Ja, Reinhardt wäre, glaube ich, besser. Bei der Angelegenheit. Oh, Bastion steht da links im Tor. Äh, ich sag Reinhardt. Zu Reinhardt, bitte. Ja. Ja, ja. Bitte. DVR. Was ist das für ein Line? Was ist das denn für eine Rutsi, Alter? Was habe ich denn hier für eine Rutsi mit der, äh, mit der, wie heißt die? Mai. Was ist das für eine Rutsi? Hallo. F1. What do you mean? Ja, du gehst einfach F1. Dieses große Feld, das vereist. Trotzdem, eine Wetzter-Drohne. Geil. Eine Drohne ist immer... Ich glaube, dann kannst du alle einfrieren, ne? Ja. Na, ab, ein. Ich habe noch keinen Shield mehr. Du müsst der Bastion rausvergucken, also... ...killen. Oh, Tracer, hinten. Das ist Zweifel. Hopp! Oh, ein Bomber! Nice. Boah, Tripp-Henkel! Oh, und sie heilt alles scheiße. Hopp. Ich habe drei Deminierungen. Macht keinen Spaß. Anso. Anso. Anso der Gute. Wir haben zwar Anso's, ne? Wir haben die Laufaufbahn direkt. Sehr schnell muss man hier spielen. Was ist schon Mim? Alter. Ich glaube, ich kann ein anderer vielleicht, äh... ...spielen. Ja, kann ich machen jetzt gleich. Das ist möglich. Perfekt. Ich gehe hier. Merci. Let's go. Oh mein Gott. Wir sind gerade ziemlich gespalten, ne? Mhm. Egal. Hinter der Fähre links ist ein Bastion. Der müsste killen. Der ist... Der ist... Der ist... Der ist tot. Sauber. Nice. Ich pushe die... ...haut. Ich komme da oben drauf. Ich komme da oben direkt. Ich komme da hoch. Der ist low. Oh mein Gott. Ich gucke mal, ob es funktioniert. Rolltog und den Tracer rein. Oh mein Gott. Hinter uns. Hinter uns, ja. Ich push auch mal weiter. Afrika ist, guter Heal. Bastion vorne. Oh, Bomba. Oh, bomba. Achtung, ult. Ult, 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 ult. Kann nix machen. Oh, lol. Bastion ist da. Macht er Ali Gali. Oh, fuck of mine. Stehe ich 13 bei? Das passt doch schon. Wir sind on fire, Cookieless. So ein Mist aber auch. So ein Mist. Du darfst einen Schlag, kann man nie mit dem Nebo-Sein-Schränkchen-Fähigkeiten kommen. Oh mein Gott. Die ist da oben. Mach doch mal die. Kaputti. Ja, ich würde gerne. Wir müssen Flacki mal. Mach Uli. Down. Ob dem Bastion down. Wow, da will mich irgendwie erb-moppen. Push mal die Load. Habe ich. Mann, du Fliebenskopf. Routor krieg ich. Hallo. Ist tot. Ey, hier ist Tracer. Hallo. Und? Äh, äh, dings mit Ulti? Ja, hat mich. Ui. Weg mit dem, weg mit dem, weg mit dem, weg mit dem, weg mit dem. Haben wir. Bin da uns. Brauch heal. Ich hab noch vier Lebenspunkte. Gerade down. Kommen sofort. Oben, oben. Zara. Tracer. Haben wir. Muss irgendwie versuchen Heilung zu finden. Ich bin gleich gestorben. Muss dann aber dafür zu uns. Habe ich. Achtung. Oh, danke Alter. Komm, das wird doch was. Sieht doch gut aus. Ach, wer ist schon down? Fack mal live. Ja, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Ah, wir stehen 18 auf dir. Nice, Alex. Oder wer auch immer das war. Best Gym down. Drin. Nice. Besser down. Fisch ist nice. Nice. Oh. Achtung, Rütt. Fies ist der. Sehr nice. Hat's verkeckt eigentlich. Egal, aufgepäckt. Hat's verkeckt. Best Gym wollt von hinten schauen. Hint aus, Best Gym. Down. New Bastion. Mein Schild hält. Nichts wahr. Und wie dir schild? Und wie dir schild hält nicht? Nee. Best Gym oben drauf. Ah, fuck it. Die hat nie lange Rücken, ich nicht. Von hinten, von hinten. Bin tot. Hint aus. Ups. Ja, von hinten. Teleport ist down. Tracer. Max Tracer. Hier haben wir da. Sehr geil. Oben ist wieder Mecker. Oben rechts. Jungs, ihr müsst die Tracer. Oben ist Best, stehen oben rechts. Verschluss unten, an der Pakt in den Raum. Hinter uns. Hinter uns. Amber. Die Widow Mecker da oben. Hinter uns. Oben Wunder Mecker. Push. Down. Da ist keine Widow, das. Push mit, push mit, push mit, push mit. Das ist best schon rechts. Ich pushe, ich pushe. OOOOH, der Push ist real. Nice. Bitches. Nice run. Push, he is real. Einfach easy. Mal gestorben. Nice boys. Das wird aber gut. Ich glaube ich weiter ein Heal. Oh, das war schon. Hier. Hier. Ja, cool. Huuu. So, die Story. Ja, ja. Mhm. Ich habe ganz viele Kriegs bekommen in der Augenblick. Ich bekomme sogar noch zwei. Sehr geil. Oh, 26. Das war so dumm von dieser Feral, Alter. Das war ordentlich, würde ich sagen. Kann man mal machen. Mensch bewerten. War nett. Episch, also. So, jetzt auf die Verteidigungsseite. Episch weh. 22,5. Ich bin so gut. Episch weh. Episch weh. Oh Mann, mir fehlen fünf Punkte für den Level-Up, ey. Boah. So, liebe Freunde, das war's von meiner ersten Runde Overwatch auf dem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall eine positive Bewertung da oder abonniert den Kanal, um nichts mehr in diese Art und Weise zu verpassen. Außerdem bitte echt mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, Overwatch mal öfters auf dem Kanal zu bringen. Würde mich nämlich sehr, sehr freuen. Denn momentan macht mir das Spiel extrem viel Spaß. Heute spielst du wieder LOL? Ich spiel morgen wieder LOL auf dem Kanal. Und man sollte auf EPW vorbeischauen. Auf jeden Fall. Ganz wichtig. Link unten in der Videobeschreibung. Das wird ein Riesenprojekt. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Bis dahin. Euer Buddy.